Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Safe Game Sonntag. Vielen, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ich habe so Bock auf diesen Safe hier, vor allem weil wir ja selbst schon mal dort Trainer waren. Und zwar hat mir der Raxo, ich hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, seinen Spitzname, uns einen Safe geschickt vom FC Arsenal und von den Gunners aus London, die natürlich gerade Anfang der 2000er Jahre Fußball England und auch Fußball Europa in gewisser Art und Weise geprägt haben. Also zumindest waren es die Invinciples, die natürlich legendär waren, unter anderem mit einem Thierry Henry. Und ja, ich war ja selbst vor, ich glaube 2019 war es mit dem Flo bei Arsenal London zu Gast und haben uns ein Spiel lang gesehen und dann habe ich ja kurz darauf das zweite Let's Play mit Arsenal begonnen, weil es halt einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat und mich sehr gereizt hat. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, was hier aus diesem Safe so geworden ist. Also der Raxo hat geschrieben, er wollte mal einen größeren Verein spielen und er fand Arsenal interessant, da sie im echten Leben ja eine kleine Krise hatten in den letzten Jahren und sich gerade im Umbruch befinden. Gefühlt befinden sie sich auch irgendwie jedes Jahr im Umbruch, aber es ist schon ganz interessant, dass sie es halt einfach nicht mehr schaffen, irgendwie auf diesen Level zu kommen, den sie vor ein paar Jahren oder vor ein paar Jahren ist gut gesagt, vor 20 Jahren hatten. Was war Ziel im Spielstand? Großes Ziel war der Gewinn der ersten Champions League der Vereinsgeschichte. Nebenbei wollte ich auch die nationalen Wettbewerbe dominieren und einen Kern der englischen Nationalelf im Verein haben. Außerdem wollte ich transfermäßig die Bilanz der Ausgaben und Einnahmen relativ klein halten, da Arsenal in echt auch nicht dafür bekannt ist, viel Geld auszugeben. Also das finde ich schon mal ganz cool. Was ist dir gut gelungen? Defensiv war stark und hatte fast immer die beste Defensive der Liga. Außerdem habe ich junge Talente gut durch Leihgeschäfte entwickelt und langsam ans Team herangeführt. Finanziell habe ich es auch geschafft, über die Gesamtlaufzeit eine positive Bilanz zu erwirtschaften, trotz großem sportlichen Erfolg. Da ist jetzt schon mal ganz interessant, dass er die beste Defensive der Liga hatte. Das ist jetzt einfach die Frage, war Angriff seine beste Verteidigung? Oder hat er vielleicht mal wirklich es geschafft, so eine gute defensive Taktik vielleicht mit weniger Pressing und tiefer Stehen auf die Beine zu stellen? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf das, werden wir dann schauen. In Zukunft würde er gerne etwas weniger Spieler verpflichten. Er hat manchmal unnötige Transfers gemacht, für die er dann eigentlich keinen Platz hatte. Die hat er nur genommen, weil sie günstig zu haben waren. Das ist auch immer so eine Geschichte, auf die ich aufpassen muss. Ich habe zwar das Gefühl, dass ich da schon ein bisschen besser wurde, aber perfekt sicherlich noch nicht. Kurios im Safe Game, die Duelle mit Manchester United, aber vor allem mit Liverpool unter Klopp, wo eine Riesenrivalität entstand, da man in fast jeder Saison in allen Pokalwettbewerben auf Liverpool traf. Vor allem am Anfang waren die echt übermächtig, aber im Verlauf des Saves konnte ich sie dann doch in die Knie zwingen. Und Belotti und Immobile, meine beiden alten Italiener, die nacheinander die Liga zerschossen haben. Immobile sogar mit 36 Jahren noch. Das finde ich auch richtig geil. Manche Transfers sind in der Chronik nicht im richtigen Transferjahr, aber wenn man nach Datum sortiert, kann man glaube ich doch ganz gut nachvollziehen, wer wann gekauft wurde. Jo, vielen Dank Raxo. Im Endeffekt ist es jetzt eh glaube ich nicht so super wichtig, wann wer gekauft wurde, solange es ungefähr zusammenpasst, denke ich mal. Hier sehen wir auf jeden Fall, dass es Newcastle trotz Geld erwischt hat im ersten Jahr und wir sehen eben, dass er es gleich mal in die Champions League geschafft hat. Interessanterweise City nur auf der 4. Und ja, sonst wenig auffallend. Tottenham vielleicht noch interessant. Die haben sich international qualifiziert, wohl durch einen Pokalsieg, obwohl sie in der Liga nur 12. Dann sieht man, dass er 2. wurde, schon mit 93 Punkten. 93 Punkte sind schon eine richtige Marke. Aber da sieht man halt auch, was auf Liverpool noch fehlt, noch 12 Punkte. Das heißt, die haben einfach 4 Siege mehr. Also das ist halt schon extrem krass. Dann schauen wir aufs Jahr darauf, da sehen wir 97 Punkte. 11 Punkte vor Liverpool, das heißt, er hatte da auch das Glück, dass Liverpool geschwächelt hat. Geschwächelt unter Anführungszeichen, aber man sieht halt einfach, hätten die so viele Punkte gemacht wie im Jahr davor, er hätte das nicht gepackt. Newcastle auf und wieder abgestiegen. Hier hat er es dann geschafft mit selbst 105 Punkten. Sehr beeindruckend. Liverpool nach wie vor stark dran. Brentford interessanterweise auf der 7. Dann haben wir hier Arsenal wieder mit 95 Punkten. Das heißt, gegen Ende dieses Saves, 5 Jahre lang hat er es gespielt, hat er es geschafft, sie hier oben zu etablieren. Wir sehen auch, dass Newcastle wieder oben ist. Also die haben da jetzt mal geschafft, die Klasse zu halten. Bisschen ein Fahrstuhlklub gewesen. Ist auch ganz interessant. So, jetzt schauen wir mal kurz auf seine Transferchronik. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die so aussieht. Wie gesagt, wenn die Jahre jetzt nicht ganz genau zusammenpassen, ist es nicht so tragisch. Was man auf jeden Fall sieht ist, dass er nur einmal richtig viel ausgegeben hat und da auch nur für drei Transfers. Also richtig viel, sagen wir mal so, mehr als er eingenommen hat. Beim Rest hat sie es entweder die Waage gehalten, wie hier so ziemlich, oder er hat Plus gemacht, also das sieht schon mal ganz gut aus. Und er hat im ersten Jahr gleich mal 155 eingenommen. Und das sieht man, mit Granit Xhaka und Maitland Niles hat Newcastle anscheinend keinen guten Deal gemacht. Die sind abgestiegen. Cedric zu Real Madrid finde ich auch spannend. Lacazette. Zulazio, da hat er dann wahrscheinlich mit Giro Immobile gespielt. Zulazinac weg. Ja, und einige verliehen. Geholt hat der Franck Cassier. Sehr spannender Spieler. Mittlerweile noch immer bei ihm. Sensationelle Werte einfach. Der hat mir bei Bergamo, war das glaube ich, schon extrem gut gefallen. Und da war glaube ich Chelsea dran und ich hätte den so gerne da gehabt. Aber dann ging er leider zu Milan. Dann Andrea Bellotti, natürlich sensationell. Mittlerweile bei Newcastle. Toller Stürmer. Benjamin Jaschko hat er sich auch gegönnt. Der ist mittlerweile bei Chelsea. Der ist bei Barca fast noch stärker, also bei unserem Safe. Dennis Zakaria. Dann sind wir Zagadou noch für 3 Millionen. Das ist auch ein ganz guter Deal. Und Daniel Alves hat er sich auch geholt. So, ein Jahr später. 162 Millionen ausgegeben. Jude Bellingham und Jamal Musiala. Das sind schon mal zwei Hammer-Transfers. Gerade wenn man englische Spieler haben will. Also das ist sensationell. Er ist noch immer dort. Schaut euch diesen Marktwert an. Selten so einen hohen Marktwert gesehen. Vielleicht noch bei Erling Haaland. Musiala in einer ähnlichen Liga. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Musiala ist ja auch Engländer. Jetzt habe ich sicher, das habe ich nochmal kurz nachschauen müssen. Dementsprechend passt das halt auch richtig gut. Dann haben wir Karim Adeyemi, den er sich geholt hat. 190. Ja, Alter. Sogar noch mehr. Unglaublich. Dann Karius. Den habe ich ja auch schon geholt als Backup-Keeper. Und ich finde, dass der einfach wirklich gute Werte hat. Seine große Schwäche ist die Konzentration. Das hat man eben schon. Ich bin übrigens noch falsch. Ich habe Transport-Fieber aufgenommen auf Strategiewelt.at. Das ist jetzt am Freitag online gegangen. Und da habe ich mein Gesicht verschoben dafür. Jetzt sollte es auf jeden Fall wieder passen. So, Kameradin habe ich ja auch ablösefrei zu Passer geholt. Ich finde es immer wieder ganz witzig, wenn jemand ähnliche Transfers tätigt. Mares mittlerweile bei Eindhoven. Kraft 2. Endlich mal bin ich so stark wie Mares. Sehr stark. Tannike Bayers. Wieder geliehen. Von Real. Der ist da jetzt ein bisschen bei Real geblieben und jetzt wieder zurückgekommen. Und da hat er viele verkauft. Das heißt, da hat er eher aussortiert, würde ich mal sagen. Und da sieht man natürlich, dass das sich auch gewaltig summiert. Also, diese ganzen vermeintlich kleinen Transfers mit zwischen 10 und 20 Millionen, die spülen halt dann in Summe einiges in den Kasten. Dann sehen wir Wesley Fofana von Leicester. Den wollte ich ja auch schon holen. Auch Weltklasse. Ja, Kimmele. Auch ein toller Spieler. Ist der nicht bei Milan? Nee. Woher kenne ich den? Ah, Bergamo. Stimmt, sorry. Gerade falsch gedacht. Angelinho hat er sich geholt. Gabriel Verón. Er sagt mir auch was. Ich glaube, den haben wir mal irgendwo gescoutet. Daniel Pitchford, ein englischer Stürmer. Scheint ein New Gen zu sein vom Bild her. Und der hat sensationelle Werte. Super entwickelt. Vom FC Middlesbrough Jugend. Junge englischer Stürmer. Vor allem für die Summe von 14,5 Millionen. Das ist ja quasi nichts für englische Verhältnisse. Er hat da wieder einiges eingenommen. So. Jetzt haben wir Rafinha, den er sich gegönnt hat. Baku. Egi. New Gen aus Brasilien. Rhys Nelson vom PSG. Natürlich auch ein richtig cooler Deal. Mittlerweile bei Monaco leider. Aber sowas gefällt mir schon ganz gut. Also er hat wirklich versucht, englische Spiele zusammen zu kaufen. Und dann hat er bei Lotti verkauft. Ballerin. Sagadu. Und da sehen wir, dass er statt bei Lotti dann wahrscheinlich Immobile geholt hat. Und der hat halt 36 Tore in 24 Spielen gemacht. Das ist ja unfassbar. Komplett irre, oder? Weiß nicht, was ihr meint. Aber dann auch noch ein bekannter Innenverteidiger. Der Norweger. Ah, yeah. Ganz cool. Dann Emiliano Martinez. Torhüter. Der schon mal bei Arsenal war, oder? Genau, ja. Der hat dann nicht sonderlich gut über Arsenal geredet. In einem Interview. Aber er hat es auf eine ganz coole, intelligente Humorvolle Art und Weise gemacht. Das kann ich mich noch erinnern, als der zur ersten Villa gegangen ist. Terry Branderville. Auch ein New Gen. Hier ein niederländischer New Gen, der auch schon richtig stark ist. Also da scheint er dann auch ganz gut zu scouten, weil das sind halt wirklich vergleichbar gleiche, äh, kleine Summen. Chris Mauling von Parma für 50.000. Aber schaut mal, wie stark der körperlich mit 36 noch immer ist. Heftig eigentlich. So, da hat der Cesco dann Chelsea verkauft. Wenig Geld eigentlich für ihn. Und Cesco, ja, 35 Tore in 65 Spielen. Also es ist jetzt keine schlechter Wert. Aber wäre sicherlich auch noch besser gegangen. So, jetzt schauen wir, wie es in den anderen Wettbewerben so gelaufen ist. Premier League weg. Pokalwettbewerbe rein. Wir sehen League Cup früh ausgeschieden gegen Aston Villa. Dafür im FA Cup unter anderem City und Chelsea rausgeworfen. Finale dann 1 zu 4 verloren. Manchester United. Und schaut mal, wie bitter das ist. Verstands 1 zu 1. Dann kriegt er in der 86. die rote Karte. Dann Cavani 87, 89 und 91. Jadon Sancho. Unglaublich. So, und dann Champions League. Stimmt im ersten Jahr als Arsenal gar nicht international. Sehr schlimm. Champions League. Bayern, Monaco Valencia. Da ist er gut durchgekommen. Immerhin 1x gegen die Bayern. Den Rest hat er gepackt. Und dann sehen wir, dass es weiter ging gegen Nizza. Gegen Real. Gegen Juve. Und dann war erst im Finale der Champions League Schluss 2 zu 3 gegen Liverpool. Finale FA Cup hat er dafür gegen Liverpool gewonnen. Und das ist eben das, was er auch gemeint hat, dass er am Anfang sehr oft gegen Liverpool gespielt hat. Und das dann sowas wie ein Erzrivale wurde. Aber er hat es geschafft, den FA Cup zu holen und den League Cup. Auch eine starke Leistung. So, und dann sehen wir hier. Wieder Champions League. Atletico, Fenerbahce und Basel. Also dankbare Gruppe. An Liverpool im League Cup gescheitert. An Liverpool in der Champions League gescheitert. An Liverpool im FA Cup gescheitert. Oh, da steigt, glaube ich, auch ein bisschen Hass auf. Ja, heftig. Heftig, heftig. So, dann sind wir hier. Liverpool. Supercup verloren. Na, Alter. Du tust mir leid, hey. Aber hier hat er sich gerecht. Viertelfinale der Champions League Liverpool rausgeworfen. Und die Champions League mit 4-0 gegen PSG geholt. Das ist ja schön. Im Camp Nou auch noch. Schöne Atmosphäre bestimmt. Und dann Club-WM. Da bin ich mal gespannt, wie es da weiterging. HSV in der Champions League. What year is it? Nein. Aufstieg, Klassenerhalt, 4.5. Thorsten Lieberknecht. Du alter Schlingel. Wahnsinn. Nicht schlecht. Nicht schlechter Knecht. Auf jeden Fall hat er den HSV wieder in die Champions League geführt. Und bekam dann von Arsenal eines aufs Maul. Zumindest ein 3-1. Aber starke Leistung. Bin echt begeistert. So, dann sehen wir die Club-WM. Und da hat er sich tatsächlich den Titel Club-Weltmeister geholt. Was auch sehr, sehr cool ist. Also, das ist auch ein Titel, der mich sehr reizen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt vom... Das ist generell so ein komischer Wettbewerb irgendwie. Ich weiß nicht, wie viele von euch diesen Wettbewerb schon mal gesehen haben im Fernsehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber ich traue mich mal behaupten, dass keine 20% diesen Wettbewerb schon mal gesehen haben von unseren Zusehern. Und eigentlich ist es aber echt geil, eine Club-Weltmeisterschaft zu machen. Nur mittlerweile, wenn man so sieht, dass da vier europäische Clubs dabei sind. Es ist halt wieder diese Kommerzialisierung in der UEFA und FIFA. Ist eigentlich was viel geiler, wenn du einen Vereinenvertreter von jedem Kontinent hast. Oder du das halt irgendwie so machst. Oder, keine Ahnung, schickst den Champions-League-Sieger und den Euro-League-Sieger hin. Und irgend sowas. Aber ja, das haben sie halt wieder aufgestockt, glaube ich. Dann sehen wir, wie viele Wettbewerbe das auch sind. Schaut euch das an. Club-WM gewonnen. Community-Shield gegen Chelsea gewonnen. Tottenham Supercup gewonnen. Das ist der europäische Supercup. Und jetzt bin ich gespannt. League-Cup gewonnen. FA-Cup gewonnen. Nur die Champions-League nicht. Champions-League natürlich brutal. Wir sehen hier die Gegner mit Erling Haaland, Neymar und Messi. Aber unglaublich, wie viele Titel er da geholt hat. Also mein Respekt. Das ist schon mal sehr, sehr beeindruckend. Jetzt schauen wir gleich mal auf die Mannschaft. Kader sieht relativ groß aus, was mir gefällt. Weil in letzter Zeit kommt mir vor, haben wir eher Kader, sehr kleine Kader gesehen. Und wir haben einen großen Kern englischer Spieler. Was eben wirklich, wirklich nicht einfach ist, wenn du auf so einem Level spielen willst. Nicht, weil es nicht so viele gibt. Es gibt genug weltklasse englische Spieler. Das Problem ist halt einfach, dass die arschteuer sind, wie der Engländer sagen würde. Er ist expensive. Und dementsprechend, ja, dementsprechend auch ziemlich beeindruckend. Es sind halt auch schon einige da gewesen. Das muss man auch dazu sagen. Wir sehen hier einen Kern Südamerikaner. Also vor allem Brasilianer. Drei Deutsche mit Adeyemi Musiala, der ja quasi auch Engländer ist. Und Ridley Baku. Dann Franck Cessier. Dann haben wir zwei Franzosen, Italiener, Japaner. Da haben wir ein bisschen durchgemixt. Zwei Norweger. Aber das sieht ganz gut aus. Oedegard hat er noch immer. Das ist auch so geil. Jetzt sind wir im Jahr 2026 und der ist halt auch erst 27. Unglaublich, wie jung der ist und wie lang der aber schon in der Fußballwelt präsent ist. Dann sehen wir vom Marktwert her eben einen Adeyemi, der am brutalsten unterwegs ist. Man sieht, dass er super Noten hat. Er hat nur 22 Mal gespielt in diesem Jahr. Generell finde ich das mal ganz witzig. Vielleicht kannst du das erklären. Warum haben die Spieler so wenig gespielt bei dir? Bei wem ist mir das vorhin aufgefallen? Bei Immobile. Also es gibt 38 Spiele in der Premier League. Und dementsprechend würde mich das sehr interessieren, ob du da einfach so rotierst. Durch diese große Vierfach-Fünffach-Belastung könnte ich mir vorstellen. Wie schaut es bei den anderen aus? Jude Bellingham, 28 Einsätze. Er hat da wer über 30. Er würde gerade 22. Also ich glaube, dass du ziemlich rotierst. Auch hier nur 22. Ähm, ne. 26 Einsätze. Also ich glaube, wie gesagt, dass du da ziemlich rotierst. Aber vielleicht kannst du mir das kurz bestätigen. Das würde mich einfach sehr interessieren. Dann sind wir hier immer ein paar junge Talente. Eigentlich bis hier kann man sagen, da macht er einen Sprung auf 22. Und wir sehen auch, dass er durchaus viel Erfahrung im Kader hat. Und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, würde ich mal sagen. Aber ich bin sowieso großer Fan von einer erfahrenen Mannschaft. Schauen wir mal auf die Taktik. Ein 4-3-3-System. Ein sehr, sehr offensives 4-3-3-System. Das heißt, Angriff ist die beste Verteidigung. Er hat geschrieben, dass er es geschafft hat, dass die Defensive super dasteht. Wir sehen, wie. Also sobald der Gegner sich nur irgendwie kurz bewegt, wird er halt einfach brutalst attackiert von allen. Irrsinnig aggressives und hohes Pressing. Hier sehen wir, dass er sehr schnell spielt. Also den Ball sehr schnell zirkulieren lässt. Sehr geduldig. Und eher durchs Zentrum spielt von hinten raus. Und es äußert sich natürlich auch hier die Taktik. Das heißt, über die Innenverteidiger abspielen und nach Ballverlust extremes Gegenpressing. Wie macht er es? Also wir sehen hier, dass beide nach innen ziehen. Das heißt, die machen durch diese Bewegung alleine schon die Formation etwas enger. Adiemi zieht nach innen als Stürmer. Musiala eher so in den 10er Raum. Und da würde mich interessieren, ob die sich hin und wieder in die Quere kommen. Weil da ist ein Bellingham auf Attack und ein Patino, wer auch immer das ist. Charlie Patino. Der ist von Arsenal. Den kenne ich gar nicht. Gut, er ist zum Beginn, wenn das 5 Jahre ist, dann ist er zu Beginn 17. Aber der hat sich super entwickelt. Hat noch immer Potenzial. Atletico ist dran. Na, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Adiemi, der von rechts nach innen zieht links mit dem starken Fuß und versucht abzuschließen. Musiala umgekehrt. Für Musiala ist es so, dass er ihn eher eben als Vorbereiter einsetzt, weil er ihn als Flügelspieler spielen lässt. Aber der macht halt trotzdem 11 Tore. 13 Assists. Ganz stark. Und dann hast du halt... Injiro Immobile, der hat einen Grundfitnesswert von 20 und deswegen hat er noch immer Antritt, Ausdauer und Schnelligkeit bei 14 beziehungsweise 15. Das ist unfassbar. Also das ist auch gut zu wissen. Weil da weiß man, okay, so einen Spieler kannst du halt auch immer noch holen in dem Alter. Und mit dem kannst du noch ein Jahr auf Weltklasse-Niveau spielen. Also das ist wirklich geil. So, fangen wir von hinten an. That's what he said. Aaron Ramsdale. Der hat heute noch immer dort. Der ist ja zu Arsenal erst vor kurzem gekommen. Nicht letztes oder vorletztes Jahr. Dann Martinez als Backup. Den haben wir uns eh schon angesehen. Und dann gibt es hier noch den Alex McCarthy. Den könnte man auch kennen. War der nicht mal bei Blackburn vor Ewigkeiten? Nee. Bei Reading war er dann. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woher ich ihn kenne. Das ist so ein klassischer Tochter, der irgendwie überall mal war. Ach so. Auf Händen natürlich. 141 Einsätze. Na gut. Jo, dann gehen wir es mal durch. Tomiyasu, der Japaner. Ist ja nicht zu Beginn schon da? So ist es. Sensationelle Werte auf jeden Fall. Toller Rechtsverteidiger. Flankenwert könnte besser sein. Er könnte noch eine Spur schneller sein. Dafür ist er halt auch 1,88 groß. Dann Kieran Tierney. Noch immer dort. Ich finde es schon geil, dass er den Kern auch wirklich behalten hat. Gabriel. Toller Innenverteidiger. Dann den Fofana, den er sich geholt hat. Sensationell. Dazu den Kessier. Der dann halt abräumt vor der Abwehr. Und das kann er, wie man hier sieht, richtig, richtig gut. Dann nochmal den Patino. Charlie Patino. Spielmacher-Typ. Das macht er auch. Dazu Jude Bellingham als zentraler Mittelfeldspieler für Tech. Könnte man vielleicht auch durchaus Box-to-Box spielen lassen, weil er super Einsatzfreude, Ausdauer hat und offensive wie defensive Fähigkeiten. Er kann halt einfach alles. Dann Adeyemi haben wir eh schon gesehen. Eigentlich haben wir uns die schon angesehen. Dann schauen wir mal in der Innenverteidigung weiter. Der Norweger hier als Innenverteidiger-Backup. Gefällt mir richtig gut. Dann nochmal mit Libakou. Ja, der hat halt die Schnelligkeit, die Tomiasu nicht hat. Muss man schon sagen. Nichts stimmt ja auch nicht, aber er ist halt einfach noch ein bisschen schneller. Angelino auf 115 Millionen Marktwert. Ist auch ein bisschen übertrieben, oder? Naja. Zakaria. Das wird dann der Ersatz für Kessier sein. Das passt auch gut. Dann haben wir hier Saka. Auch noch immer dort. Also wie gesagt, ich finde es richtig cool, dass du so viele Spieler behalten hast. Den kannst du halt rechts schön nach innen ziehen lassen. Ist nicht ganz so offensiv stark, wie es Adeyemi ist. Dann hast du den Daniel Pitchford. Voller Stürmer-Backup. Super Talent. Dann haben wir Rafinha. Der ist halt auch Linksfuß. Das heißt, der würde eigentlich auch von der rechten Seite nach innen ziehen. Da wäre es etwas effizienter. Dafür hast du den Edi. Okay, der ist auch Linksfuß. Also einen Rechtsfuß am Flügel würde vielleicht noch ganz gut tun. Smith-Rowe hast. Der ist leider verletzt, aber super Werte. Guter Spieler für die Breite. Hat die Rolle Stammspieler und einen unfassbaren Marktwert. Finde ich jetzt persönlich. Also er ist richtig klasse, aber der wird es vielleicht in dieser Mannschaft sogar schwierig. Naja, der wird vielleicht statt Patino spielen. Dann Innenverteidiger Ben White. Der auch vor kurzem erst zu Arsenal gewechselt ist. Sehr solider Innenverteidiger. Den kannst du auch problemlos Stammspieler spielen lassen. Dann hast du halt Chris Smalling für die Breite noch. Ja, mein. Dazu noch Kamera. Den du halt auch innen bringen kannst oder auf der 6 bringen kannst. Weil er ihm auch einen Passwert von 16 hat. Der ist offensiv auch zu gebrauchen. Dann hast Oedegard. Ich weiß nicht, wo du den spielen lässt. Der wäre eigentlich auch so einer, der von rechts nach innen zieht. Und dann hast du die Talente Dante Can. Dann hast Romes. Ein Brasilianer. Dann nochmal Phil Williams. Das ist gerade eine Anfrage. Mitchell Dösburg. Also Stürmer hast du auf jeden Fall relativ viele. Und offensive Mittelfeldspieler auch. Aber wir sind halt gerade im Juni. Und da kannst du natürlich auch einiges verleihen. Apropos, wir schauen mal, was er verliehen hat. Im Moment nicht wirklich viel. Also da kannst du, glaube ich, echt mehr mit Laien arbeiten. Wobei, andererseits, wenn du eben so eine anstrengende Saison immer vor dir hast, dann kriegen die wahrscheinlich bei dir auch genug Spielzeit. U23 ist jetzt nicht überragend. U18 ist jetzt auch nicht überragend. Das heißt, die talentiertesten Talente, die hast du halt schon oben und hast auch eingekauft. Hier ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wir sehen nur sechs, also ihr seht es nicht. Moment mal. Da ist es. Nur sechs von zehn. Trainer, die er aktuell engagiert hat. Hier nur vier von acht. Also da könnt ihr auch in Richtung Training noch ein bisschen was machen. Schauen wir mal kurz, wie es bei den Einrichtungen ausschaut. Ja. Also hier auch das Jugendtraining noch ein bisschen ausbaufähig. Aber Rekrutierung ist super. Das heißt, vielleicht hat er da einfach ein bisschen Pech gehabt mit dem, was eben so reingekommen ist. Von den Finanzen her 339 Millionen am Konto. Da kann man, glaube ich, nichts schimpfen. Also, lieber Raxo. Cooler Safe. Also für mich einer meiner Lieblings-Safes jetzt in diesem Jahr bisher, weil ich es einfach cool finde, wie du es geschafft hast, deinen Kern von Spielern von Beginn weg zu halten. Also es sind noch immer viele Spieler vom Startkader drin. Du hast es geschafft, viele Engländer zu holen. Du hast keine übertriebene Jugendmannschaft. Also das finde ich eigentlich schon ganz cool. Gibt es einen Kritikpunkt? Ich glaube nicht. Also wer so erfolgreich war. Ich habe nichts zu kritisieren. Schauen wir mal, was die Community so meint. So. Jetzt sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten heute. Ich hoffe, jetzt kommt das richtige Bild und nicht die Strategiewelt. Ich habe nichts, ich hoffe, ich habe das nicht vergessen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann. Licht geht aus. So geil, mein Licht geht die ganze Zeit aus in letzter Zeit. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen bei den FM-Videos wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das ist das richtige Bild. Das ist das richtige Bild.